Hey, was ist passiert? Warum falle ich da runter? Oh, da oben ist ein Herz. Vielleicht bist du gerade tot. Hä? Diese Schlacht und der lässt mich hier voll alleine. Ich will da hoch. Oh nein, jetzt habe ich stehen hier. Ha, ich habe einen Gespenst getötet. Ich habe eine Flasche gefunden. Oh, da ist noch einer. Ah mein Fuß, warum tut mein Fuß so weh? Ich habe mal einen Gespenst hier runter geschmissen. Ach man, hier für mich. Hat was Hilfe? Warum kann der sich da nicht festhalten? Oh ne, jetzt renne ich wegen jeden diese Stacheln. Oh, jetzt bin ich hier runter gefallen wegen dir. Warum? Ja, weil ich dachte du brauchst Hilfe. Wo stehe ich hier? Also warum kann der nicht zeichnen? Nein. Nochmal. Hä? Kannst du keine größere Planke bauen? Hey. Ja, das ist doch mein Ding. So ist das langweilig. Oh nein, schon wieder. Und again gefailt. Ah, jetzt habe ich schon eine Planke. Das glaube ich. So, endlich bin ich wieder hier. Toll. Ist das da oben? Da oben ist... Hast du ein Geschenk? Wo? Da unter dir. Sehe ich schnell. Guck mal, wo die da hängen. Wintergeheimnis gefunden. Aber über dir sind auch welche, ne? Ach man, da will ich gar nicht dran. Weißt du? Ja. Ich muss hier mal grad ne Planke ziehen. Oder ne Kiste. Fähigkeit. Ach man, wie kommt man denn da jetzt? Hä? Hä? Ich hab die Planke gar nicht mehr vom Zauberer. Mann, ey. Warum hab ich die nicht mehr? Ich hab alles verloren. Oh nein, weil du vielleicht nicht mehr. Weil du disconnected bist. Ne, also das vom Krieger habe ich noch was schnell. Weil ich hab die Planke nicht mehr. Da weiß ich nicht. Was ist dieser Mob? Da unten. Da oben. Im Blauen. Was ist denn das hier? Ich mach das jetzt. Da kann ich zwei Planken machen. Das doppelte Plankenglück. Das doppelte Plankenglück. Jetzt ist der Plank schon wieder hier drauf. Dazu gibt's noch zwei, drei Kästen. Ja. So, jetzt kommen wir da hoch. Das ist schon das zweite Mal. Ich bin halt noch nicht so geübt. Oh, Scheiße. Da huppt er vorbei. Huch, es geht einfach weiter. Das Ödland des Drachenfriedhofs überlebend, Schritten unsere Helden weiter. Der Zauberer vertiefte sich immer mehr in die Inschriften über die Hüter. Es waren einmal drei Artefakte. Eins für Seele und Gerechtigkeit. Eins für Verstand und Macht. Und ein anderes für Körper und Materie. Diese unvergänglichen Gegenstände wurden benutzt, um das Gute und Böse in der Welt im Gleichgewicht zu halten. Als alles in Harmonie miteinander war, wurden die Artefakte an die drei Hüter übergeben, die sie jahrhundertelang sicher aufbewahrten. Die Hüter verzauberten die Artefakte mit mächtigen, beschützenden Zaubern, die nur denen mit reinen Absichten erlaubten, näher zu kommen. Am Ende starben die Hüter und nur die Zauber blieben erhalten. Der Zauberer konnte immer noch keine Antwort finden, warum sie im Trine gefangen gehalten wurden und warum sie nicht durch die beschützenden Zauber verletzt wurden. Ach man, was labert der denn? Weil wir so reine Herzen haben. Es geht los! Ah, da oben. Boah, das ist ganz schön gefährlich. Boah, das ist ein richtiger mit nem Flammen-Stink. Was heißt ein richtiger? Ja, der hatte so ne Flammenkeule, der. Ja. Was ist das? Nicht gefährlich. Ach, das gibt es nicht, diese Frau. Was denn? Was hat handelt? Was ist das? Was ist das? Oh. Der schießt durchs Holz, die schießt durchs Holz. Schießt gar keiner mehr. Guck mal da oben ist ein dicker Olmel. Kannst du schwingen. Ja, du kannst doch Planken zeichnen. Ja. Wie geht denn das? Guck wie gut ich die überlegen kann. Warum kann ich das nicht hier durch? Müssen wir da hoch auch noch? Ne, ich glaub wir müssen den da runter auch hoch gehen. Ja ne, der muss hier unten das zerstören. Hä? Bei mir ist die Hand rot. Weil ich hier drauf stehe. Ja, wir müssen erstmal runter da. Die Bank muss da wieder weg oder nicht? Ja. Zeichne doch da hinten einfach eine neue. Ja. Achso. Bumm. Ja und jetzt? Ja jetzt nimm ich hier die Frau. Ich kann nicht durch das Holz schießen. Ich bin ins Wasser ge- ich kann schwimmen. Hier ist Erfahrung. Bin ich da? Oh fuck, der kann Flammen spucken. Kacke. 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 Scheiße. Kacke. Scheiße. Was kommen denn hier für Pfeile an? Oh, wo komm ich denn da hoch? Ich kann hier wieder nicht verwiesen werden. Ja, ich komm hier halt nicht hoch. Das ist ja ein bisschen blöd. Oh nein. Jetzt kommt hier noch so ein Held. Jetzt hat der meine Kiste hier weggemacht. Das ist nur nicht groß genug. Ah, es kippt der ganze Turm. Oh nein. Mein schöner Turm. Ach man, das ist so wie probier ich mal hier weg. Ich geh halt auf der Zeit. Guck, hier ist auch noch Erfahrung. Damit ich hier nicht runterfalle. Eine Planke, die runterfällt. So. Warst du da oben schon überall? Hier. Was ist der? Oh Gott! Der ist ein Krieger. Da komm ich. Ja, wie? Nicht da rüber. Ey, dieser Blöde. Ich glaube, dass du so krank bist. Ich glaube, dass du so krank bist. Aber wie? Nicht da rüber. Ey, dieser Blöde. Levelaufstieg. Da komm ich da drücken. Zwei. Was kann ich jetzt? Ja, drei Pfeile. Erlaubt den Zorfer 4 gleichzeitig existierende Planken hervorzurufen. Na super. Es ist ja zwei schon genug. Pfff. Flammenschwert. Ich habe euch immer das Schwammenschwert. Jetzt haben wir ein Tarnoes. Er wird den Schaden einfacher Schwert oder Pfeile. Na ja. Wofür ist das? Ah, da kannst du dich dranhängen, ne? Willst du mit? Gute Fahrt. Da lässt sich, er lässt er los. Hä? Achtung, Stachel! Ja, ich stand zwar unter dem Balken, aber egal. Aber egal. Huuuuh! Ah! Ah! Was ist das denn hier? Toll. Nööööööööööööööööööhööööööööööööööööööööö... Hol. GELL! Ahaaaaah! Amulett der Opferung! Wie soll ich denn hier wieder raus? Ganz ehrlich. Sollen wir tauschen? Geht nicht. Wie? Gleichzeitig. Warte auf Antwort. Also ich bin da einfach dran hochgesprungen. Naja, das kann der jetzt noch mal sein. Oh, guck mal, ich hab das übelstes Feuerschwert. Toll. Und nun? Hä? Es geht wahrscheinlich unten im Wasser weiter. Oh Gott. Guck mal, wie ich schwimme! Mit dem Schild! Oh, oh ja, hier räumen wir frei. Nein, du hast dir alles zugebaut. Ich kann das nicht. Zeichne halt neue. Zeichne neue! Tu irgendwas! Warte, ich geh an die Luft, da kann ich zeichnen. Oh mein Gott. Und wir haben hier links auch noch nen Weg verpasst. Echt? Ja, zeichne mal kurz, hast du? Nee. Ja, warte. Weil ich sterbe sonst. Hallo? Ich hab nen Würfel neu gezeichnet. Ja, und ne Planke und nen Würfel, ist ja immer noch im Weg alles. Ja, jetzt. Ja, jetzt. Fahren auf immer jetzt. Mal gucken, ob ich das noch überlebe. Gerade so. Ich geh erstmal hier links rein. Ja, mach das. Ich probiere da oben irgendwie. Oh, krass. Woll die Leuchterie nun. Er kann nicht. Äh, da muss auch der Zauberer ran. Oder ich muss hier hinten rum einfach. Äh. Warte, ich geh nur hier einfach hoch. Warte, ich geh nur hier einfach hoch. Und, was ist da? Äh. Äh. Erfahrung. Oh nein. Und sonst nix? Och Mann. Ach, hier geht's weiter. Möchtest du einen, einen Stein? Och, Fabi. Och. Wo bin ich denn jetzt gestorben? In deinem Elend bist du gestorben. Brauchen wir den doch? Ich weiß nicht. Oh. Oh, Scheiße. Ich geh mal hier unten lang. Ja, ja. Oh. 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 Huch. Riding the balls. Die hab ich, die hab ich schon gesehen. Ey, was mach ich hier unten? Och, Fabi. Was denn, du müssen da hin? Ja, da müssen wir hin. Ja. Verzauber der Mana. Och, hier so ein olles Mana-Ding. Weck die. Ach. Ja, da merkst du, wie schwer das ist. Oh. 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 Oh, was ist das? Oh. 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 Großer Mana-Tank. Ohe. Oh. 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 erinnern nicht seine Planken die steht ein bisschen schräg Ich probier sie zu drehen. Winter Secrets freigeschaltet. Stacheli! Oh man! Hier gleichzeitig existierende Kissen. Ja. Gieß drei Pfeile auf einen. Ne, kann man ja wohl nicht so was machen. Ach, das kostet drei! Flammenschwert, das Flammenschwert brennt. Ja, das hab ich. Soll ich dann Anstürme machen? Nö, weiß ich nicht, musst du ja wissen. Oh man! Und der drückt mich da runter, irgendwo hin. Anstürme. Oh, weg mal, äh! Och man! Was ist denn jetzt passiert? Weggekickt! Ah, naja, wo ist denn mein Kumpane? Ja, der war einfach ein Abgrund. Da! Oh! 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 Scheiße! Scheiße! Huch! Huch! Oh! Oh, Fabi! Was ist das? Ich? Oh! Ich hab mich geopfert! Oh! Scheiße! Scheiße! Was? Ach, Mann, nee! Was? Was? Was war's denn da? Was? Was wackelt das denn da so? Uh, jetzt kommt der Erzähler. Die Angst hatte einen behaglichen Platz in den Herzen unserer Helden gefunden. Zutiefst beunruhigt, erfüllte Kummer ihre Gemüter. Der Ritter hatte seit vielen Stunden nichts gegessen. Und der Geruch nach Fleisch machte es nicht einfacher. Geruch nach Fleisch! ...an sich Sorgen zu machen, ob sie niemals wieder frei sein würde. Und der Zauberer? Er war besorgt, dass sie niemals die anderen Artefakte finden würden, um den Zauber des Trine zu brechen. Aber in Wirklichkeit hatte er nichts dagegen, länger als eine Stunde in Gesellschaft zu sein. Keine Angst! Ich werde vorangehen! Ich wünschte, dass er mir nicht lebt. Ah! Ich kann nicht in der Luft! Ich hab's besiegt! Es muss ja auch noch so Säure kommen, ey! Ich hab schon die Stacheln gehasst! Guck mal da oben! Kannste hin! Boah! Ja, welches! Ab einfach! Komm hier! Ja, du lässt mich ja auch nicht! Ja doch! Aber der... Man kann das ja... Soweit du es berührst, kann ich das ja nicht mehr steuern! So muss man immer nachziehen! Boah! Krass! Hä? Ja toll! Ja! Ah! 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 Ich sehe noch nicht so richtig was wir machen müssen! G-g-gah! Das ist schonmal gut! Vielleicht muss man da anstürmen! Aber klein hacken die Scheiße! Wie ging denn das mit dem anstürmen? Hack den doch einfach mal kaputt da dieses Ding! Ah! So! Haha! Ernsthaft? Warte! Oh! Jetzt! Jetzt! Hier! Pass auf! Wie ich jetzt anstürme! Och! Nee! In die andere Richtung! Oh! Nein! Ja! Da sind einfach 10.000 Gegner! Echt? Müssen wir hin! Oh! Was ist das hier? Oh! Fabi! Du verarschst mich ja immer! Ich? Du springst in die Säure! Da ist doch ne Kiste! Ja! Weswegen? Feuerbogen für Diebin! Direkt ausrüsten! Hä? Wo ist das? Nutz die Gesundheit als Ersatz, falls das Mana verbraucht ist! Das ist wahrscheinlich wieder ne Fähigkeit! Oh! Oh! Vergrößert den Feuerschaden! Wo denn? Wo sind die Fähigkeiten? Vergrößert den Feuerschaden! Direkt! Mach ich doch direkt! Ich kann auch Licht bringen! Ich kann auch Licht bringen! Was ist das denn hier für ne mickige Rampe? Ja! Das ist meine Zweitrampe! Ich hatte da ne schön große und die war die Rampe da hoch! Ja! So ungefähr! Was? Was machst du denn? Ich probier die Kiste mal zu zerhacken! Ja! Hinter uns! Wo kann ich die so wegziehen? Na ja! Das ist für dich auf jeden Fall leicht! Ja! Wo sind denn die Feuerdinger? Du kriegst gar keine Feuerpfeile! Ja! Das verstärkt ja auch nur die Feuerpfeile! Das weißt du nicht, dass du dich hast! Toll! Ich hätte aber gern welche! Ah! Ah! So ne kacke ey! Das ganze Mana verbraucht für nichts! Was denn hier? Gloomies! Wir müssen uns die Dunkelheit leuchten! Hier! Rein damit! Den will ich auch! Ja! Nicht das! Oh scheiße Säure! Ach man! Das man aber noch nicht zieht! Deshalb habe ich die Gloomies da hingeschmissen! Ich sehe halt trotzdem nichts! Immer erst ne Planke ziehen! Boah! Da war die Planke grad noch so richtig! Ja genau! Dräng ich in den Rollen! Ah nein! Ah! Du bist ja cool! Die Funk hat halt nichts gebracht! Ah! Okay! Klunk hat alles gebracht! Ah! Na noch mehr! Ich treff dir nicht! Was gibt's da hinten? Wut gibt's hier. Lebensnutzung. Lebensentzugs. Alles ist bestimmt richtig gut. So Life Leach. Stellt ein Gesundheitspunkt des Charakters wieder her, wenn Monster in der Nähe getötet werden. Naja, stellt die Gesundheit nur dann wieder her, wenn der Charakter nicht aktiv ist. Auch das noch. Ja, pfff. Hä? Wow. Wow. Was? Was? Achso, da. Knapp, aber es geht. Also hier sind jetzt zwei coole Planken. Du kannst einfach... Ich sehe halt kaum was mehr. Ja, ja. Ja, ja. Das geht. Guck mal. Ach. Geht da weg. Guck mal, da unten liegt schon ne Planke von dir. Ja, ja, ja. Hab ich da hingeschmissen. Willst du noch eine? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Och. Ich muss da ja auch schon erstmal drauf. Ja, das ist schwierig. Ja, ja. Es ist unglaublich. Jetzt. Oh nein, da ist der. Da ist der Platzende. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja.